Was ist das? Das sind schöne Philosophien. Was ist das? Das ist der Ursprung von Buddhismus und Hinduismus. Kannst du mal schauen. Das ist ein Buch Schönheit des Selbst über die innere Schönheit. Das ist mehr Reinkarnation, Karma. Das ist mehr Yoga, entspannen, Stress erbauen. Kannst du mal schauen? Das ist ein Buch Schönheit des Selbst über die innere Schönheit. Oder habe ich es nicht so mit? Ja, das ist gut. Weisst du, in der heutigen Zeit, um sich zu entspannen. Das hier ist ein Buch Weg des grossen Abschieds von einem Menschen in den Himalaya geht. Es gibt verschiedene Menschen und es geht auch das Thema Inneres loslassen. Ja, aber ich bin da eigentlich nicht so für. Also ich interessiere mich da nicht wirklich für. Was kostet denn so ein Buch? Du kannst geben, was du möchtest. Eine kleine Spende. Was immer du geben kannst und magst. Weisst du, was heisst nicht interessieren? Du kommst immer mal an die Situation, dass du loslassen musst. Der Freund läuft weg, jemand stirbt, nach deiner schlechten Angewohnheiten und bist ja noch nicht perfekt, oder? Ja, das ist mir, glaube ich, alles. Nein, also ich glaube, ich würde da mal eins mitnehmen. Meine Mutter interessiert sich für sowas. Und inneren Ruhe und so. Okay. Was immer du geben kannst und magst. Ja. Super. Danke. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.